Mein Name ist Andrea Geis, ich bin die Geschäftsführerin der WGP, der Wohnungs- und Grundstücksgesellschaft Passau. Dieses Gebäude hier ist der zweite Bauabschnitt einer Nachverdichtungsmaßnahme und uns war sehr wichtig, dass wir hier ein Gebäude bauen, das einmal in die Landschaft passt, das sich also architektonisch an den Bestand anlehnt und das eben auch energetisch wirklich auf dem absoluten Standard der Zeit ist. Und die Herausforderung zwei war, das Ganze mit Luftwärmepumpen zu realisieren und aufgrund der engen Bebauung hier natürlich auch die TA-Lärm, den Schallpegel so niedrig wie möglich zu halten. Deswegen haben wir uns hier für die Lösung entschieden, dass zwei große Monoblockmaschinen mit jeweils 38 kW in Kaskade aufs Flachdach gestellt werden und somit ihren Dienst tun, die Gebäude energetisch sinnvoll beheizen und die Schallemissionen so gering wie möglich für die Nachbarn gehalten werden. War natürlich ein bisschen eine Herausforderung, weil da Drummond eine Flachdachabdichtung ist, also wegen der Druckfestigkeit und wegen der Standsicherheit. Haben wir aber alles bestens gelöst in Verbindung natürlich mit der Planungsabteilung der Firma Bosch. Verbaut haben wir hier in diesem Anwesen zwei Kompress 5000 je 38 kW, zwei Flow-Fresh-Stationen und einen Johnny-Heat-Elektroheizkessel mit 24 kW. Frischwasserstation hat also den riesen Vorteil, weil wir wirklich nur das Warmwasser, das tatsächlich an der Zapfstelle benötigt wird, im Durchlauferhitzesystem produzieren. Schließen wir natürlich hier schon wieder die sogenannte Legionellenbildung oder die Legionellengefahr aus und natürlich energetisch gesehen ist das ein riesen Vorteil, weil, wie gesagt, also keine größere Menge an Warmwasserbevorratung stattfindet. Die Komponenten lassen sich wunderbar praktisch zusammenbauen und wunderbar montieren. Es sind alles Systemkomponenten. Es ist auch natürlich dann die Gewährleistungszeit. Wenn ich alles aus einer Hand habe, die ganzen Komponenten zusammenbaue, gibt es also die sogenannte 5-Jahres-Garantie. Die Vorgabe Bosch ist ehrlich gesagt von uns ausgegangen, weil wir einfach sehr gute Erfahrungen aus der bisherigen Zusammenarbeit mit der Firma Bosch gesammelt haben. Wir sind mit der Lösung, die wir hier gefunden haben, sehr zufrieden. Wir sind mit der Wissen nachdem, sehr zufrieden, sehr zufrieden. Eine Eroticung, die die H кругeligkeiten geschehen, sehr zufrieden. Werbideon, die Hüfte, die Heimat Also wir sind mit der Regel auch bei den Hüfte, die Hüfte und die Hüfte.